Charlotta Eva Lothar Schelin ist eine schwedische Fußballspielerin. Die 1,78 Meter große Stürmerin spielt für Olympikion, ist Rekordtorschützin ihres Landes und wurde am häufigsten zur Fußballerin des Jahres in Schweden gewählt. Karriere Lothar Schelin begann ihre Karriere bei dem Göteborger Vorortverein Kalle Retzeska, später wechselte sie zu Heldselkaiv. Im Alter von 15 Jahren bekam sie aufgrund eines Wachstumsschubes starke Rückenprobleme, woraufhin ihr die Ärzte nahelegten, mit dem Fußball aufzuhören. Über Möllnlückeiv wechselte sie 2001 zum Erstligisten Landvetteriv, mit dem sie 2002 die K-Sekunden-Pokalfinale erreichte. In den Spielzeiten 2006 und 2007 wurde sie Torschützenkönigin der damals Fanskan. Bei der Fußballgala des schwedischen Fußballverbands im November 2006 wurde Schelin gleich mit drei Preisen ausgezeichnet. Fußballerin des Jahres, Stürmerin des Jahres und Torschützenkönigin. Im Sommer 2008 wechselte Schelin von Göteborg FC zu Olympikion und gewann am 26. Mai 2011 mit Lyon die Champions League. Dieser Titel konnte am 17. Mai 2012 im Münchner Olympiastadion verteidigt werden. 2013 verlor sie dagegen mit Lyon das Champions League-Finale gegen den VfL Wolfsburg. Konnte aber mit Lyon erneut den Coupe de France Féminine gewinnen und wurde mit 24 Toren beste Torschützen Lines in der Division 1 Féminine. Die Lyon zum siebten Mal in Folge gewinnen konnte und dabei mit 132 zu 5 Toren einen neuen Rekord aufstellte. Anfang 2015 hat die UEFA Lotta Schelin zu einer von fünf BotschafterInnen des Frauenfußballs ernannt, die ihre Erfahrungen insbesondere an jugendliche Spielerinnen weitergeben sollen. Am 16. März 2004 gab sie ihr Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft im Rahmen des Algarve Cups. Gegner war die Auswahl Frankreichs. Am 28. August 2005 erzielte sie beim 2 zu 2 gegen im WM-Qualifikationsspiel gegen Island ihr erstes Länderspieltor. Mit der Nationalmannschaft nahm sie an den EM-Endrunden 2005 und 2009, den Olympischen Spielen in Athen und Peking sowie der WM 2007 in China und WM 2011 in Deutschland teil. Bei der WM in Deutschland kam sie in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz und erreichte mit Schweden ungeschlagen das Viertelfinale, in dem sie auf Australien traf. Im Spiel gegen die USA wurde ihr ein Tor aberkannt, da die Schiedsrichterassistentin sie im Abseits gesehen hatte. Von der FIFA wurde sie zur Spielerin des Spiels gekürt. Auch im Viertelfinale gegen Australien wurde sie zur Spielerin des Spiels. Sie bereitete in der elfte Spielminute den 1 zu 0 Führungstreffer durch der Ressis Jürgen vor und erzielte, dass dort zum 3 zu 1 entstand, als sie einen Rückpass von Kim Carroll erlief und die Torhüterin ausspielte. Damit wurde sowohl das Halbfinale gegen Japan erreicht als auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in London. Im Halbfinale kam sie trotz einer leichten Erkältung zum Einsatz, konnte im mit 1 zu 3 verlorenen Spiel aber keine zählbaren Akzente setzen. Am 16. Juli 2011 gewann sie mit der Mannschaft das Spiel um Platz 3, in dem sie beim 2 zu 1 Sieg über Frankreich den Führungstreffer zum 1 zu 0 erzielte. Am 29. Februar 2012 bestritt Chéline beim Algarve Cup-Spiel gegen China ihr 100-Länder-Spiel. Sie stand im schwedischen Kader für die Olympischen Spiele 2012, schied aber im Viertelfinale gegen Frankreich aus. Im Turnier erzielte sie zwei Tore und ist nun mit insgesamt fünf Toren beste schwedische Torschützin bei den Olympischen Fußballturnieren. Nach dem Amtsantritt von Pia Suntaga als neue Nationaltrainerin wurde sie zur Kapitänin ernannt, teilt sich das Amt aber mit Caroline Seger. Im ersten Spiel unter Pia Suntaga am 23. Oktober 2012 gegen die Schweiz führte sie die Landslec das erste Mal als La Capna auf das Feld. Schéline stand im Kader für die EM-Endrunde 2013. Im Eröffnungsspiel gegen Dänemark verschossen sie und ihre Mitspielerin Kosovare Eslani beim Spielstand von 1 zu 1 je einen Strafstoß, sodass erstmals der Gastgeber der Endrunde sein Auftaktgruppenspiel nicht gewinnen konnte. In den nächsten drei Spielen schoss sie fünf Tore und erreichte mit ihrer Mannschaft das Halbfinale gegen Titelverteidiger Deutschland, das mit 0 zu 1 verloren wurde. Am 29. Oktober 2014 erzielte sie beim 1 zu 2 gegen Deutschland ihr 73 Länderspieltor und wurde damit alleinige Rekordtorschützin Schwedens. Am 17. September hatte sie im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Schottland den Rekord von Hanna Jungberg eingestellt. Im Mai 2015 wurde sie für die WM 2015 nominiert. Bei der WM wurde sie in allen vier Spielen eingesetzt, konnte aber in keinem Spiel Akzente setzen und schied nach einer 1 zu 4 Achtelfinalniederlage gegen Deutschland mit ihrer Mannschaft vorzeitig aus. Dadurch verpassten die Schwedinnen auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016, konnten dies aber beim Qualifikationsturnier im März 2016 nachholen. Erfolge Torschützenkönigin der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2013 Auszeichnungen Schwedische Fußballerin des Jahres 2006, 2011, 2012, 2013 und 2014 Im April 2007 wurde sie für das Spiel der FIFA Women's World Stars gegen die chinesische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen aus Anlass der Gruppenauslosung für die WM 2007 nominiert und zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Trophy UNFP als beste Spielerin des Jahres 2013 in Frankreich Trophy UNFP als beste Spielerin des Jahres 2013 in Frankreich